ABC for Kids und ich darf dabei sein, Claudia Effenberg und ich wünsche mir, dass das Projekt ganz, ganz tollen Erfolg hat und dass ganz, ganz viele Leute dieses Bildband kaufen. Mein Bild finde ich allerdings so ganz süß, da habe ich so einen Potschnitt und sehe lustig aus und grins in die Kamera, so wie eigentlich heute immer noch und ja, fand die Idee einfach witzig, das so auch an die Öffentlichkeit zu geben, so ein bisschen Preis zu geben von dem, was so früher war, so Vergangenheit. Den Pulli fand ich schön damals, heute nicht mehr ganz so, aber ich finde das eigentlich eine super Idee und vor allen Dingen finde ich es schön, dass es für Kinder ist. Ich freue mich wahnsinnig auf das Buch, weil ich habe ja die anderen Bilder noch nicht gesehen von den anderen Prominenten und da wird bestimmt der ein oder andere Lacher auch dabei sein. Ich freue mich, dass es für Kinder sind, die die Kinder sind, die Kinder sind, die Kinder sind, die Kinder sind, die Kinder sind. Vielen Dank.